Jan, welche Hilfe oder welches Projekt begleitest du denn jetzt hier gerade aktuell im Zuge dieser Ukraine-Kriegerischen Auseinandersetzung? Ja, ich wurde am Samstag 12.30 Uhr von einem sehr guten Freund angerufen, ob ich einen Hilfstransport, eine Evakuierungsmaßnahme unterstützen könnte mit Logistik. Und wir haben dann versucht vier Busse zu organisieren für ein Kinderheim, die aus Kiew kommen, der Roman und der Oleg mit 157 Kindern, die seit Donnerstag früh auf der Flucht sind und jetzt Samstag Richtung Dresden unterwegs waren. Und wir hatten jetzt den Auftrag bekommen, Logistik bereitzustellen und habe ich meine Kontakte knüpfen können und habe dann den Hermann Valentin aus Dresden mit seinem Busunternehmen dafür sofort begeistern können. Und wir haben uns dann 13.45 Uhr aus Chemnitz aufricht in Richtung Dresden aufgemacht. Und ja, wie ist der beschwerliche Weg der Kinder von der Ukraine jetzt bis nach Dresden? Das ist sicherlich nicht die Endstation. Wie geht das jetzt weiter oder wie ging es weiter mit den Kindern? Ja, also ganz kurz zum Ablauf. Der Roman, der Heimleiter, hat am Donnerstag früh gegen 8 Uhr entschieden, die Kinder zu evakuieren, hat in der Partnerstadt Freiburg im Breisgau den Hilfeaufruf gestartet. Die Freiburger Kollegen sind an die Diakonie in Dresden herangetreten. Sie sind dann gegen 9 Uhr in Kiew gestartet mit vier Bussen, sind an der ukrainischen Grenze vorerst für zehn Stunden gestrandet. Es waren zähe Verhandlungen, dass sie überhaupt über die Grenze gelassen wurden, weil ja Busfahrer gefahren sind, die eigentlich dort nicht raus durften. Es ist dann irgendwie gelungen, diese Busse über die Grenze, dass sie gelassen werden konnten. Die wurden einfach auf den Stau auf der linken Autobahn einfach entgegengesetzt der Verkehrsrichtung bis zur polnischen Grenze vorgefahren. Dort konnten sie endlich die ukrainisch-polnische Grenze überschreiten und konnten dort das erste Mal Rast machen. Und dann sind sie bis nach Dresden dann gekommen oder gebracht worden? Ja, die Busse sind unterwegs noch. Zwei Busse sind noch kaputt gegangen. Das haben die Busfahrer noch reparieren müssen. Dann haben sie sich in Polen knapp 300 Kilometer verfahren. Und wir standen immer in Kontakt über einen Dolmetscher und einen Valentin in Freiburg. Und die Busse haben wir dann Sonntagfrüh gegen 0 Uhr auf der Autobahn A4 in Höhe-Ottendorfer-Grilla habe ich die mit dem Diakonie-Chef, mit dem Thomas aus Dresden in Empfang genommen. Und von Dresden ging dann der Weg weiter bis Freiburg? Na genau, wir haben dann erstmal die Kinder in der Dreikönigskirche rauskommen lassen. Da wurde von der Diakonie alles vorbereitet, eine Mahlzeit, auf die Toilette gehen konnten, sich mal frisch machen konnten, mal ein bisschen zur Ruhe gekommen sind. Und dann standen unsere vier, neun Busse da mit den zehn Fahrern, die wir organisieren konnten. Und gegen 2.40 Uhr haben sich dann die Kinder mit uns auf den Weg gemacht in die sieben Kilometer entfernte Stadt Freiburg in Breisgar. Jan, das sind ja alles wahnsinnige Entfernungen. In was für einem seelischen, geistigen Zustand hast du die Kinder empfunden? Das mussten ja unwahrscheinliche Strapazen gewesen sein. Ja, was für mich ein klein wenig an einem Wunder grenzt, wie ruhig und diszipliniert diese Kinder noch waren. Aber man hat auch in diesen Augen mal sehen können, wie es Roman schon gesagt hat, diese Kinder sind innerhalb von Minuten um zehn Jahre gealtert. Aber es war halt trotzdem sehr bewegend, wie zutraulich und wie vertrauensvoll sie die Hand mir hingegen gestreckt haben. Und ja, wenn man die immer ein bisschen ins Herz geschlossen hat, sie werden ganz schnell zutraulich und können auch schon wieder ein bisschen lachen. Aber die Angst, diese Schrecken, das hat man natürlich deutlich angesehen, sowohl bei den Betreuern, auch bei den älteren Kindern. Hast du eine Information aus Freiburg bekommen, wie es den Kindern jetzt geht? Ja, ich stehe ja mit Oleg in Verbindung. Das ist die rechte Hand vom Roman. Und ich bekomme jeden Tag, jetzt habe ich schon Fotos bekommen und Videos. Also sie sind in der Jugend der Berge untergekommen. Die Stadt Freiburg kümmert sich aufofferungsvoll um diese Kinder. Ich habe viele Fotos jetzt schon erhalten, wo sie wieder lachen können, wo sie am Tisch sitzen, normal essen können, sage ich jetzt mal, in Ruhe, in Frieden und ein Bett haben. Das war das wichtigste oder sehnlichste Wunsch von Oleg, dass sie endlich mal wieder ein Bett haben, nach 80 Stunden Flucht. Wie ergeht es dir bei solchen Geschichten, bei solchen Schicksalen selber? Welche Gefühle empfindest du dabei? Ja, ich bin selber Papa von zwei Töchtern. Und wenn man da, ja, wo diese Bustür aufgegangen ist und dieser kleine Dreijähriger Iltrim ausgestiegen ist und mir seine Hand entgegen gestreckt hat, dann, ja, das ist halt, man merkt es mir an, das ist, das vergisst man sein Leben, das vergesse ich mein Leben lang nicht. Und daher war es halt meine tiefste Überzeugung, dort weiterzuhelfen. Und, ja, es ist halt sehr emotional. Nun, wer dich kennt, weiß, dass du unwahrscheinlich gut vernetzt bist in, ja, unterschiedlichste Bereiche. Welche Vorteile bieten dir gerade jetzt da in dieser Situation deine Netzwerke? Ja, ein gut ausgebautes Netzwerk, sage ich immer, hilft in der größten Not. Und es hat sich jetzt hier wieder bewahrheitet, dass ich ein sehr gut aufgebautes Netzwerk habe und dass es da innerhalb von Minuten ganz schnell zu Hilfszusagen gekommen ist. Und das macht mich wahnsinnig stolz, dass da so viele Menschen, Unternehmer, Privatmenschen uns oder mir sofort die Hilfe zugesagt haben und dann auch wirklich komplett bis zum Ende durchgezogen haben. Du hast gerade ein gutes Stichwort angesprochen, Hilfe. Es wird ja zurzeit sehr, sehr viel Hilfe angeboten. Es wird aber natürlich auch Hilfe erbeten. Und die Bereitschaft, gerade ja auch in unserem Land, selbst auch in unserer Region, ist ja sehr groß, dort zu helfen. Welche Hilfe brauchst du oder wie kann man dich unterstützen, beziehungsweise die Diakonie oder deine Partner? Ja, also mein Hilfsprojekt jetzt ist rein privat. Und ich stehe ja in Kontakt mit Oleg und Roman. Und wir wissen ja, dass noch weitere Kinder in Kiew jetzt momentan sind. Und Roman, sein sehnlichster Wunsch ist halt, diese Kinder auch noch irgendwie rauszuholen. Aber dafür brauchen wir einfach Bargeld, finanzielle Spenden, um dort die Logistik zu finanzieren. Es ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Und die Infrastruktur ist in der Ukraine zusammengebrochen. Man kommt dort nur mit Bargeld weiter. Und daher war das halt mein Aufruf. Wir brauchen Bargeld momentan in dieser Situation jetzt, in dieser Phase dieses Krieges, um dort schnell und effektiv handeln zu können. Und wie können da eventuelle Menschen, die sich gerne bei dir engagieren wollen, die dir helfen wollen, zu dir kommen? Wie kann man dich erreichen? Ja, wir haben einmal eine Paypal-Verbindung, wo man was spenden kann. Dann eine Bankverbindung von mir. Und das Geld wird dann halt von mir verwaltet und zweckgebunden halt eingesetzt, je nachdem, wo wir es dann halt brauchen. Ja, vielen, vielen Dank für diese großartige Hilfe, für die Unterstützung, die du hier leistest, natürlich auch in Verbindung mit deinem Netzwerk. Und ich denke, das wird mit Sicherheit nicht das erste und letzte Gespräch gewesen sein, was wir gemeinsam hier zu diesem Thema führen. Ich wünsche dir für die kommenden, anstehenden Aufgaben viel, viel Kraft und viele Grüße an alle Betroffenen. Und wir können nur hoffen, dass die Situation sich recht bald bessert. Ja, das hoffe ich auch und vielen, vielen Dank für alle, die uns jetzt schon unterstützt haben und noch unterstützt haben.